Gut, gehen wir's an? Wow, es ist soweit! 25 Jahre Geryframm Photography. Die nächsten 52 Wochen nehme ich euch mit auf eine Reise in 25 Jahre meiner Fotografie. Es gibt Eindrücke behind the scenes, es gibt Fragen zum Business, es gibt auch private Fragen. Ich bin gespannt, was da kommt. Ein Team hat Fragen herausgesucht und wir schauen, dass ich es beantworten kann. Ich kenne sie nicht, aber man hat mir schon gesagt und versprochen, es wird sehr knackig und sehr intim und ich bin schon sehr gespannt, dass es kommt. Ihr könnt mir auch Fragen stellen, postet sie einfach unten in die Comments rein. Jeden Donnerstag erscheint unter dem Motto Throwback Thursday die neue Folge.